Moin! Bock auf einen Roadtrip? Dann auch nach Brandenburg. Wir begleiten heute die Mario Hans Güter Fernverkehr-OHG. Die haben nämlich neue Profi Liner Multistil von uns erhalten und diese sollen ja eine ganz schöne Arbeitserleichterung sein. Davon würde ich mich gerne aber einmal selbst überzeugen. Wir sind jetzt in Mittenwalde angekommen auf dem Gelände der TSS GbR. Hier sind acht Krone Multistil im Einsatz. Hallo Mareike, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wer seid ihr eigentlich und was macht ihr den ganzen Tag? Wir sind die Mario Hans Güter Fernverkehr-OHG und wurden 1990 gegründet und haben inzwischen 20 offene Sattelauflieger. Wir fahren Baustellenausrüstung, Stahl und Baustahlmatten quer durch Deutschland und beliefern Kunden und Baustellen und können eine Ladungslänge bis 19,10 Meter laden mit unseren Telesatteln und auch eine Breite bis 3,10 Meter. Hier auf dem Lager in Mittenwalde werden unsere LKWs regelmäßig be- und entladen. Hier lagern dreieinhalbtausend Tonnen Stahlträger, die hier auch aufbereitet werden durch die TSS GbR. Ja, super spannend. Dann passt unser Profi Liner Multistil ja perfekt in euer Portfolio. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns auch für zwei neue Auflieger entschieden und aus Wehrhalter abgeholt. Und die sind auch schon voll im Einsatz. Ich habe vorhin gesagt, dass die Auflieger eine echte Arbeitserleichterung sind. Warum? Mit vorm Schluss Zeit sparen. Neben den seitlichen ausziehbaren Rungen dienen zusätzliche Rungen-Taschen im Halsbereich sowie in der Fahrzeugmitte zur Absicherung nach vorne und hinten. Mit einer so zurückversetzten zweiten Stirnwand ist es damit möglich, das Gewicht der Ladung optimal mit dem Lastschwerpunkt zu positionieren. Also jede Menge Benefits, die dieser Auflieger mit sich bringt. Auf auch einen Startschwerpunkt. roadsinen Bis zum nächsten Mal.